Hallo liebe Leserfreunde, heute bin ich mal einem Mythos nachgegangen, von dem ich schon des öfteren gelesen habe. Kann man eigentlich Edelstahl oder Aluminium gravieren oder nicht? Da ich gerne alles selber ausprobieren möchte, habe ich mich ein wenig umgeschaut und ein wenig in meinem Mischtopf gerührt und bin mit der Frage nach 0,5 mm starkem Aluminiumblech AL MG3 gestartet. Für meine gefundenen Mythen habe ich mir ein kleines Reststück in kleine Bereiche unterteilt und darauf die empfohlenen Hilfsmittel aufgetragen. Auf Aluminium soll eine Gravur oder besser eine Pseudogravur möglich sein. Da dies ja keine echte Gravur ergibt, sollen sich die Farben in das Material einbrennen und auch widerstandsfähig gegen Kratzer sein. Mein erstes Feld besteht aus einer aufgetragenen Schicht Acrylfarbe, eine einfache Acrylfarbe auf Wasserbasis. Sie ist leicht aufzutragen und trocknet sehr schnell. Ich habe mich bewusst entschieden, dafür eine langsame und hohe Leistung zu wählen. Wie man hier gut sieht, hat der Laser beim Auftrag die Farbschicht abgetragen. Auf einem zweiten Feld habe ich einen Schalkmarker aufgetragen. Ich habe den Marker schon des Öfteren beim Laser mit Erfolg verwendet. Daher nutze ich ihn hier als Ersatz für einen Schalkspray. Wenn auch Lila nicht gerade schön ist, ist die dunkelste Farbe, die meine Packung hergibt. Auch hier trägt der Laser bei der Gravur den Schalkmarker ab und das Aluminium ist gut sichtbar. Ein nächster Tipp neben Senf sind ölhaltige Farben, Altöl, Schmierstoffe. Ein paar Tropfen Öl sollen wundervoll bringen. Um das noch etwas zu verstärken, habe ich etwas Farbe untergemischt. Das Ergebnis, die Gravur ähnelt eher einer Geheimschrift. Sie ist wunderschön durchsichtig. Vielleicht ist mein Öl zu hitzeempfindlich oder es ist doch nur ein Märchen. Auf dem vierten Feld habe ich mir mit einem Sprühkleber ein Rechteck aus braunem Papier angebracht. Nachdem der Laser den Auftrag beendet hat, kann man sehen, dass der Laser das Papier ziemlich sauber abgetragen und die Gravur flächendeckend schwarz ist. Das Aluminium ist nicht mehr zu erkennen. Ein letzter lustiger Tipp, man soll durch eine transparente Markierfolie gravieren. Für den Versuch nutze ich meine Übertragungsfolie. Da der Laser Transparenzen nicht schneidet oder graviert, lässt er die Folie auch nach der Gravur unbeschadet, aber hinterlässt einen Hauch einer Spur einer Gravur. Ich denke, ohne Markierfolie wäre es wohl das gleiche Ergebnis gewesen. Die Gravur ist fertig. Die Ergebnisse sind schon ziemlich unterschiedlich und ich bin gespannt, ob es möglich ist, Aluminium gut sichtbar zu gravieren. Unter der entfernten Markierfolie befindet sich wie erwartet nichts. Das Klebepapier lässt sich abziehen und die Gravur ist schön sauber und kräftig. Meine Parameter hierfür, für Acryl 200 mm pro Minute 80% Leistung mit zwei Durchgängen. Beim Chalkmarker sind es 200 mm pro Minute mit 80% und einem Durchgang. Acrylöl 200 Millimeter pro Minute mit 80% und zwei Durchgängen. Klebepapier 200 mm pro Minute auch auf 80% mit zwei Durchgängen. Und die Markierfolie ebenfalls 200 mm pro Minute 80% Leistung und zwei Durchgängen. In allen Ebenen habe ich auf Versatzfüllung gestellt. Unter fließend Wasser lassen sich alle wasserlöslichen Aufträge vom Aluminiumblech spülen. Nachdem die Farbe verschwindet, wirkt auch das Ergebnis des Chalkmarkers recht kräftig. Naja und dann ist alles weg. In dem großen Nichts lässt sich nur noch die Gravur der Acrylfarbe ein wenig erahnen. Gehen wir also wieder über zum leckeren Senf. Da mein Blechdosen-Experiment mit Senf echt gut funktioniert hat, versuche ich es auch auf meinem Aluminiumblech. Ich habe Euch das Video dazu oben zum Nachschauen eingeblendet. Mit einem Tortenheber lässt sich der Senf ganz dünn auf das Blech streichen. Damit er schneller trocknet, benutze ich den Föhn. Den Gravurauftrag des Lasers habe ich mit einem Dragon Cut Kürzel gestartet und ein DC in den Senf graviert. Leider, aber auch hier, nach der Entfernung des Senfs, im Gegensatz zu meiner Blechdose, nichts weiter als eine leichte, helle Erscheinung. Meine hierfür genutzten Senfparameter sind 300 mm pro Minute mit 80 % Leistung und einem Durchgang. Ein nächster Versuch. Folienspray. Ich habe mir im Internet ein Folienspray bestellt. Mit diesem Tipp soll es möglich sein, Aluminium sowie Edelstahl gut zu gravieren. Ich habe mich bei der Bestellung dann auch exakt an den Hinweis des richtigen Sprays gehalten. Beim Aufsprühen auf mein Aluminiumblech lässt sich das Spray ebenso wie ein normaler Sprühlack ganz einfach auftragen. Der aufgetragene Film trocknet in wenigen Minuten zu einer gummiartigen matten Folie aus. Mehrfach aufgetragen soll sich die Folie später wieder besser abziehen lassen. Ich nutze hier jedoch nur einen flächendeckenden Sprühauftrag. Den Auftrag des Lesers starte ich diesmal mit einem Parametertest. Der Test ist fertig. Auf den Bildern lässt sich recht gut erkennen, wie gleichmäßig der Auftrag meiner Folie ist. Die Gravur des Parametertests ist auf dem Schwarz etwas schwächer zu sehen, aber dennoch sieht man sehr deutlich, dass die Ergebnisse mit höherer Geschwindigkeit und niedrigere Leistung immer heller werden. Erwartet hätte ich, den Abtrag der Folie eher im Bereich der höheren Leistung. Die Folie lässt sich mit den Fingern einfach aufziehen und Stück für Stück entfernen. Das geht eigentlich ganz leicht. Da sich beim Hochziehen die Zwischenräume der Gravur gitterartig abziehen lässt, ist die Folie wohl doch im Bereich der Gravur komplett entfernt. Die Folie ist entfernt und ich suche vergebens nach einem Schatten einer Gravur. Meine verbrauchten Parameter 1000 mm pro Minute mit 80% Leistung und einem Durchgang für den Text. Jeweils 100% Leistung, 1200 mm pro Minute, 1000 mm pro Minute, 600 mm pro Minute, 300 mm pro Minute und jeweils 100% Leistung und einen Durchgang. In den Formeigenschaften, die Leistungsgrade, den Prozentwert der Liste anpassen, 80, 70, 60 und so weiter. Ganz wichtig, ich zeige euch hier nur einen Test von mir und keine Anleitung. Das sind keine Empfehlungen. Inwieweit zum Beispiel die Folie giftige Dämpfe abgibt, weiß ich leider nicht. Das sollte man aber immer vorab prüfen. Ein kleines Update. Holz 1,5 cm. In meinem vorletzten Video habe ich euch einen recht feurigen Test gezeigt, mit dem Versuch, 15 mm bzw. 10 mm dickes Holz zu schneiden. Und wie versprochen, habe ich den Test mit Pappelsperrholz gemacht. Zur Wiederholung habe ich zwei Schichten auf 4 mm aufeinander geleimt. Ausgegangen bin ich von den Einstellungen, die ich für ein Brett 4 mm benötige. Mit dem Schnitt eines Kreises konnte ich mir so schnell erste Parameter festlegen. An weiteren Schnitteinstellungen habe ich mein Kürzel als Motiv getestet und konnte so meinen Schnittparameter bestätigen. Der Schnitt ist fertig und mein DC ist zweistöckig. Der Rand ist recht dunkel und in den Schichtfugen gibt es teilweise Verbrennung. Meine Parameter hier sind 200 mm pro Minute auf 80% Leistung mit 7 Durchgängen. Drei Lagen Auch durch drei Lagen, 12 mm, kommt der Laser spielend. Aber meine Leimung, wie sich schon bei den zwei Lagen zeigte, ist nicht flächendeckend und damit absolut nicht geeignet für den Test und die Werte. Ich brauchte hier bei einer Geschwindigkeit von 200 mm pro Minute mit 80% Leistung stolze 14 Durchgänge. Dieses ist kein Fail-Video. Es gibt auch Erfolge. Edelstahl gravieren, Pseudogravieren. Um nun die Frage nach dem Kann man Edelstahl gravieren zu beantworten. Achtung, ich spoiler. Ja, es geht. Bei Edelstahl 304 geht es sogar ohne Hilfsmittel. Ein alter Edelstahlteller, eine Servierplatte meiner Schwiegermami. Ich nutze hier wieder das Folienspray und setze einen kleinen Film auf die Rückseite des Tellers. Schon nach wenigen Minuten ist der Film zu einer Folie abgetrocknet. Ich stelle mir die Höhe des Laserkopfes ein, gebe dem Laser den Auftrag eines Parametertests und starte von der aktuellen Position des Laserkopfes. Wer es bemerkt hat, mein Leser hat nun endlich wieder einen neuen R-Assist-Aufsitz. Beim Laservorgang ist mir aufgefallen, dass der Laserstrahl einer kleinen Rauchwolke mit spritziger Explosion gleicht, wenn ich mit oder auf diesen Materialien lesere. Ob dieses eine Reaktion auf die Sprühfolie ist oder ob es auf das darunter befindliche Metall zurückzuführen ist, weiß ich leider nicht. Die Gravur ist fertig und ähnelt stark dem Ergebnis des Aluminium-Tests. Wobei aber hier meine beiden letzten Sondereinstellungen von 100 mm pro Minute auf 70 und 80 % doch extrem hervorstechen. Leider wird beim Thema Gravuren, Edelstahl, Aluminium sehr viel gezweifelt. Daher ist mein Video heute etwas ausgedehnter und langsamer im Thema. Die Reinigung Auf der Rückseite meines Edelstahltellers verhält sich der einmalig aufgetragene Sprühfilm etwas hartnäckiger. Er zieht sich nicht im Ganzen ab und hält sich beharrlich an der Gravur und Kanten des Tellers fest. Meine Finger färben sich, Handschuhe wären sicher ratsam, aber auch um einiges unhandlicher. In Kombination mit etwas Isopropanol auf einem Küchenkrepp aufgetragen auf die Folie, weicht die Folie auf und wird schmierig. So lässt sie sich zwar auf kleinen Flächen gut entfernen. Bei großer Fläche jedoch sollte man meines Erachtens, wenn möglich, vor dem Griff zum Reiniger erstmal die Fläche mit dem Finger abrubbeln. Die Gravur ist auch nach dem Reinigen tatsächlich noch fest auf der Rückseite des Tellers. Ich lege den Teller zurück auf die Arbeitsfläche des Lasers und starte erneut den Auftrag des Lasers in einem noch nicht gereinigten Bereich. Ein weiteres kleines Rechteck mit stark erhöhten Parameterwerten. Zum Vergleich, ob die Gravur noch kräftiger geht. Auch wenn das Ergebnis noch eine Steigerung bietet, entscheide ich mich für meine spätere Gravur dagegen. Das kleine Teilchen kostet umgerechnet 6 Minuten und ein paar zerquetschte. Für eine größere Gravur wäre der Zeitaufwand enorm. Kratztest Die Gravur ist echt, das heißt sie hält. Auch wenn ich mit meiner Pinzette ein wenig darauf herumkratze, verändert sich die Gravur nicht. Lediglich lassen sich neue Kratzer hinzufügen. Die Videoaufnahmen sind sehr schwer zu machen, denn je nach Lichteinfall sind die Gravierungen stärker oder weniger. In manchen Positionen der Kamera könnte ich euch die Gravur fast schwarz darstellen. In anderen kann man sie nur leicht erahnen. Und wenn ihr jetzt auch noch die Kontraste eures Monitors zu hoch gestellt habt, okay, ohne Worte. Meine Parameter für den Test führt den Text 1000 mm pro Minute auf 80% Leistung mit einem Durchgang und für die Flächen jeweils 100% mit einem Durchgang 1200 mm pro Minute 1000 mm pro Minute 600 mm pro Minute 300 mm pro Minute 200 mm pro Minute 100 mm pro Minute mit einer Kreuzschraffur 100 mm pro Minute mit dem Konstant-Power-Mode und 100 mm pro Minute mit einer Kreuzschraffur und in den Form-Eigenschaften wieder die Leistungsskala, den Prozentwert der Liste anpassen. Die Gravur Opfer meiner Gravur ist die Hauptseite der Servierplatte. Durch den Sucher der Kamera entdecke ich auf der Oberseite des Tellers meinen Parametertest. Mit bloßem Auge lässt sich das kaum wahrnehmen. Ich habe den Teller von innen etwas abgeschliffen. Er hatte schon viele hässliche Macken. Ob sich durch die aufgeraute Oberfläche die Gravurintensität noch verändert, kann ich nicht bestätigen. Teller eingelegt? Nein. Erst Teller mit Folienspray besprüht und dann Teller eingelegt. Den Mittelpunkt habe ich mir vorab eingezeichnet und mit der Fire without burning Funktion den Mittelpunkt erfasst. Und den Auftrag des Lasers mit meinem Wappen als Motiv gestaltet. Ich möchte nochmal erwähnen, dass der Laserstrahl sich anders verhält und ich nicht weiß, ob die Folie irgendwelche schädlichen Dämpfe abgibt. Die Gravur ist fertig und ich bin gespannt. Gerade mal 4 cm groß mit 3 Stunden harter Arbeit für meinen Wappen für den Laser. Das Entfernen der Folie allerdings ließ mich dann hart arbeiten. Mit dem Finger ließ sich diesmal kein Startpunkt erarbeiten und wie schon erwähnt, Isopropanol weicht den Film auf und das endet in einem ziemlichen Geschmiere. Stück für Stück habe ich dann mit Küchenkrepp den Überschuss abgetragen und in den Sondermüll gegeben. Aber das Endergebnis hat mich belohnt. Mit einer einzigartigen, wenn auch alten Servierplatte mit meinem Wappen. Die Gravur selbst hat einen leichten Versatz. Im Parameter-Test habe ich dieses aber nicht feststellen können. Meine Parameter hierfür 100 mm pro Minute mit 80% Leistung und einem Durchgang und aktivierter Kreuzschraffur. Mein Fazit Mythen sind vielleicht manchmal doch nur Geschichten. Aber sie können bestimmt auch ihre Berechtigung haben. Aluminiumblech ALMG3 möchte sich definitiv nicht von mir lesern lassen. Vielleicht liegt es an der Bezeichnung, an den Legierungen oder an mir. Die Edelstahlgravur dagegen hat meinen Teller ungemein edel gemacht. Auch wenn sie schon einiges an Zeit in Anspruch nimmt, lohnt sich das Ergebnis. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig die Frage nach dem geht es oder geht es nicht beantworten. Ich hoffe bis zum nächsten Mal mit klarem Acrylglas dickes Regenküsschen.